In den Korb! Ach nee. Wie soll ich denn die Schachtel nachmachen? Scherzkeks. Es geht natürlich um die Kugel. Restaurantscheuf Leander Röhrding-Feldboom denkt, dass er sie mit normalen Küchenzutaten nachmachen kann. Da, das wollte ich ja nicht sehen. Siehst du das? Die zwei Hälften. Ohne Schokohülle kann er die Süßigkeit auseinandernehmen und erkennt, was drinsteckt. Eine Aselnuss- und Nougat-Creme. Außen Waffelhülle und Schokomantel – schwierig, oder? Nö. Leander will mit der Waffelhülle beginnen. Dazu nutzt er dieses Knusperbrot. Ein Produkt, das in Ostdeutschland erfunden wurde. Eigentlich isst man es wie Knäckebrot. Das silberne Ding ist eine runde Ausstechform. Man könnte die Kreise auch mit einem Messer ausschneiden. Ist aber schwieriger. So. Und warum fliegen die Scheiben ins Wasser? Ich muss die ja rund formen. Dafür nehme ich diese Form. Damit macht man Cake-Pops. Nach fünf Minuten hat das Wasser die Waffelstücke aufgeweicht. So kann Leander sie der Silikonform anpassen. Jetzt gucken wir vier Stunden zu, wie sie trocknen. Kleiner Scherz. 15 Minuten bei 100 Grad im Ofen. Leander will ja fertig werden und hat noch viel vor. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Aus Frühstück-Knusperbrot entsteht eine Hülle für die berühmte Süßigkeit. Jetzt will Leander die Nougat-Creme nachmachen, die im Inneren der süßen Kugel steckt. Erstmal das Original probieren. Das schmeckt wie Nutella. Das ist gar kein Nougat. Das ist die Nutella-Masse. Möglich wär's. Ein Indiz? Der Hersteller der süßen Kugel ist auch der Hersteller der berühmten Nuss-Nougat-Creme. Ob sich so der Konzern eine Rezeptur spart, wissen wir nicht. Im Gegensatz zu Leander, der spart sich auf jeden Fall eine Rezeptur. Bedient sich einfach am Glas mit der Nuss-Nougat-Creme. Dann greift der Küchenchef zu einer Packung Haselnüsse. Das sind jetzt die Nüsse für die Füllung. So eine steckt nämlich in jeder dieser runden Süßigkeiten. Die andere Hälfte befüllt Leander mit einer Mischung aus Nougat-Creme, Nuss-Splittern und Schokolade. Die wird härter und verklebt beide Hälften zuverlässig. Noch ein bisschen nackig, oder? Ja, die kriegen noch nen Mantel. Na dann. Flüssige Schokolade mit Nuss-Splittern als Haute Couture für die Nuss-Nougat-Kugel. Rechts das Original. Für einen besseren Geschmack wälzt Leander die Kugeln in noch mehr Nuss-Splittern. Am Ende sollen zwei berühmte Galileo-Test-Esser die Süßigkeiten verkosten. Die Kugelgröße im Vergleich zum Original passt. Aber ob den Testern das Aussehen gefallen wird, wir werden sehen. Nächster Snack. Ihr kommt auf Ideen. Wir kommen fast immer auf super Ideen. Unsere Sendung gibt's ja immerhin schon seit über 20 Jahren. Ich hab schon nen geilen Job, ne? Nicht nur essen, machen! Stell ich mir gar nicht so schwierig vor. Im Inneren des Schokoriegels steckt eine weiße, weiche Masse, die als milchig beworben wird. Woraus besteht die? Das ist ganz easy. Nougat-Masse schön fluffig gemacht. Bisschen Schokolade runtergezogen. Ready! Sogenanntes weißes Nougat steckt im Riegel. Was braucht man, wenn man das selbst machen möchte? Traubenzucker. Zu Traubenzucker kann man auch Glucose sagen. Und wer Glucose mit Wasser einkocht, kann das sagen. Jetzt habe ich Glucosesirup gemacht. Zucker hinzu. Na, dann hoffen wir mal, dass unsere Testesser am Ende keinen Zuckerschock bekommen. Diese Mischung reicht aber noch nicht, wenn man den Schokoriegel selbst machen möchte. Leander killt ein paar Eier, weil er das Eiweiß braucht. Mit Vanillezucker und einer Prise Salz rührt er es zu Eischnee. Dann kommt der Zuckersirup zum Einsatz, den Leander aufgekocht hat. Der Topf ist noch ziemlich heiß. Gibt's ein Problem? Ich brauche eine dritte Hand. So, du musst nur halten. Na klar, unser Kameramann hilft doch gern. Mit zwei Händen kann Leander besser den Sirup dosieren. Denn der darf nur in einem dünnen Strahl mit dem Eischnee verrührt werden. Danke, du warst eine große Hilfe. Der Küchenchef findet, dass der Originalriegel im Inneren nicht ganz schneeweiß ist. Deshalb kippt er in sein helles Nougat-Schokosplitter. Damit es so einen etwas cremigeren Ton gibt, so einen beigefarbenen. Und auch vom Geschmack her. Nach Leanders Meinung ist das Innere des Schokoriegels fertig. Tada! Aber Riegel sind das noch nicht. Nach dem Abkühlen verteilt Leander auf der Masse flüssige Schokolade. Voll der Künstler. Mehr der Anstreicher. Ist das geil. Das wird der beste Milk-Away der Welt. Darf ich das sagen? Klar darfste. Aber das sieht mehr nach einer Schokotorte aus, die jetzt abkühlen muss. Zwei Stunden später sieht die Masse völlig gleich aus. Aber sie ist fest und der Do-It-Yourself-Guru kann nach belieben Stücke herausschneiden. Und Leander beliebt es, die Stücke exakt in der Größe der Originalriegel herauszutrennen. Etwas höher sind sie geworden. Das stört den Küchenchef aber nicht. Er kümmert sich lieber um die Vollendung seiner Kreation. Die Riegel mit flüssiger Schokolade ummanteln. Nach dem Aushärten im Kühlschrank tunet Leander mit dem Messer nach. Links das Original, der Rest sind Leanders Kopien. Wie die süßen Leckereien schmecken, werden wir noch testen. Und jetzt unterbrechen wir mal kurz wegen einer wichtigen Mitteilung. Leander, was hältst du da in der Hand? Das ist ein QR-Code und da können die Zuschauer mit ihrem Handy jetzt live draufgehen und dann kommen sie zu einem Link auf so einem Video. Jeder Zuschauer kann es jetzt machen wie unser Kameramann. Handy schnappen, die Kamera öffnen und auf den Code halten. Scannen Sie ihn, wenn Sie ein verstecktes Video sehen möchten. So, Leander. Lass uns weitermachen. Nichts Süßes. Gebet erhört. Aber wir haben ein bisschen zu hart geworfen und der Typeninhalt ging größtenteils zu Bruch. Ein heiles Stück hat Leander aber gefunden. Es geht um Brotchips. Diesen Snack kennen viele. Und warum haben sie ein Loch in der Mitte? Klären wir gleich. Gut, sollten wir hinkriegen. Das ist meine Waffe. Ein frisches Baguette, das der Küchenchef erstmal halbiert. Das ist fast dieselbe Größe. Jetzt nicht mehr. Aber der Plan steht. Leander schneidet möglichst dünne Scheiben vom Baguette. Die Scheiben ähneln den Brotchips. Und was ist mit dem Loch? Ja, die haben das Loch dazu benutzt, um die aufzuhängen und trocknen zu lassen. Kann ich auch, denkt Leander. Und greift zur Spitze einer Spritztülle. Loch. Ich habe ein Loch gemacht. Wird der Küchenchef seine Chips an diesen Löchern aufhängen? Jetzt bereitet er erstmal eine Mischung aus Rapsöl, Knoblauchpulver, Salz und Zwiebelpulver vor. Dazu noch ein Stück Butter. Diese Mischung dünn verteilt auf ein Backblech. Und genauso dünn verteilt die handgelochten Baguettescheiben. Während die originalen Brotchips fast fettfrei sind, wird Leanders Variante offenbar etwas gehaltvoller. Wie lange in den Ofen? 10-15 Minuten. Bei 150 Grad. Und die Duften sind schön kross. Optisch erkennen wir einen Unterschied zwischen dem hellen Original und Leanders dunklerer Kopie. Jetzt aber, wie schmecken Leanders selbstgemachte Nuss-Nougat-Kugeln? Die kopierten Schokoriegel mit der hellen Füllung? Und die Brotchips aus dem Baguette? Fragen wir doch zwei, die es vertragen können. Galileo-Reporter Martin Dunkelmann und Jumbo Schreiner warten schon im Nebenraum. So Kinder, jetzt mal weg mit den Karten hier. Schokoriegel? Das Original habe ich geliebt. Nein, nein, nein. Nicht das. Das ist meins. Ah, das ist auch nicht. Das ist auch meins. Mensch? Das ist meins. Ach geil. Ich steh da voll drauf. Merkst, ich steh auf so Milchige Füllungen. Bist ja auch ein Milch-Bubi. Aber Jumbo zögert. Ähm. Die sind fast noch süßer als das Original. Wie kommst du auf fast? Ich steh ja auf die Sachen, die du nachmachst. Aber da hat's dir so ein bisschen das Maß verzogen, was Süße anbelangt. Zuckerschock. Also die Optik stimmt, aber etwas zu süß. Von daher. Weil's gut ausschaut und nur zu süß ist, ist es so. Optik gut, aber Leander muss die Zuckermenge runterschrauben. Mh, Hunger, Hunger. Ich hab Hunger. Ich krieg noch was essen. Ich hab Angst, dass was Süßes ist. Leander präsentiert seine Kopie von der berühmten Nuss-Nougat-Kugel. Innen wie das Original. Und ich merk grad, guck mal hier, da ist eine ganze Nuss drin. Und eine ummantelnde Waffel und da drin sind sogar auch noch mal kleine Christstücke. Siehste? Im Original ist außen gar keine Haselnuss. Was ist da hier draußen? Also Geschmack super, Optik okay, aber trotzdem so. Geschmack ist für beide wichtiger als die Optik. Brotschips? Kenn ich. Hab ich auch oft und viel gegessen. Wenn ich die zu Hause mal esse, hab ich mir immer gesagt, warum würzen die die nicht ein bisschen stärker? Und jetzt kommst du und haust so ein Ding raus. Und die sind genau so, wie ich sie mir wünschen würde. Mach doch deinen Daumen in die Mitte. Ich brauch drei. Das ist meine Wertung. Also ich find die vom Geschmack auch besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find die besser. Aber die sind... Gratulation, schlag ein. Martin moniert, dass sie fettiger sind. Das wird sich tausendmal besser verkaufen. Das ist ein Snack zum Bier. Ja, ne? Haben wir ein Bier? Jetzt scheint auch Martin überzeugt. Leanders Snacks funktionieren. Rezepte finden Sie auf Galileo.tv. Hallo.